Hallo und willkommen zu einer weiteren Wildstar-Beta-Show von Arkship.de. Heute geht's nochmal in den Walatiki-Tempel. Wir hatten ja schon eine Beta-Show zu diesem PvP-Schlagfeld, aber es hat sich so einiges geändert. Deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal eine neue Ausgabe auf und erklären nochmal grundlegend, was der Walatiki-Tempel überhaupt ist. Also an sich ist es natürlich ein PvP-Schlachtfeld, das sollte wohl jedem etwas sagen. Und Spielmodus hier ist Capture the Flag. Es wird in Wildstar aus Smash and Grab genannt. Und wir sehen hier jetzt gerade die Map. Oben gibt's eine Basis, wo ich gerade bin. Das ist die Exile-Basis und unten gibt's die Basis des Dominions. Und das Ziel ist es, wir sehen das unten rechts im Datacron, fünf Flaggen zu sammeln. Und wer zuerst fünf Flaggen hat, der hat gewonnen. Wobei Flaggen hier eh der falsche Begriff ist, denn eigentlich müssen wir Masken sammeln. Und diese Masken spawnen auf dem Schlachtfeld irgendwo in der Mitte, wo wir jetzt gerade sind. Entweder oben auf dieser Plattform oder unten in diesem Kampfring. Und dann gibt's auch noch zu jedem Start des Schlachtfelds immer eine Maske, jeweils in der Basis der Verbündeten und der Gegner. Dementsprechend bedeutet das also, entweder kann man sich entscheiden, die Maske direkt beim Gegner zu klauen. Oder man entscheidet sich dazu, als Gruppe eben in die Arena in der Mitte zu gehen, um dort sich eine Maske zu holen. Wir sehen hier jetzt, die Dominion haben jetzt gleich schon zwei Masken einfach, unverschämterweise. So, sie haben uns nämlich die Maske gestohlen und sie haben eine Maske direkt aus der Mitte geholt. Das heißt, die waren ganz schlau und haben sich aufgeteilt und hatten dabei Glück, dass wir Verbanden nicht so die tolle Truppe waren. Ich kann schon mal vorspoilern, wir gewinnen dieses Match hier eh nicht. Aber das soll hier eh nur ein Erklärungsvideo sein. Naja, die weitere Besonderheit ist, Capture the Flag heißt ja eigentlich immer, man muss eine Flagge irgendwo hinbringen und da ist sie gesaved. Ja, in Wildstar ist das nicht so, denn wie wir jetzt gleich bei mir sehen, kann ich die Flagge von den Gegnern klauen. Beziehungsweise keine Flagge, sondern eine Maske. So, die ist jetzt aktiv und jetzt kann ich da einfach drangehen und mir die Maske nehmen und weglaufen. Natürlich nur eine von X, wie viele auch immer da drin sind. Da waren ja jetzt gerade zwei dran. Ich habe jetzt eine aufgenommen. Das sieht man unten rechts auch im Datacron wieder schön. The Exiles are moving a mask, das bin ich und jede Fraktion hat im Moment eine Maske. Also im Moment sind drei Stück im Spiel, wobei eigentlich müssten vier Stück im Spiel sein. Da, jetzt kommt die vierte ins Spiel, da sieht man es gerade. Moody mask has been blah. Da steht available unten rechts auch im Datacron, der ist immer schön markiert. Blau sind Exiles und rot sind die Dominions und weiß heißt halt neutral. Und aktuell bedeutet es, wir bewegen eine Maske, das bin ich. Und eine Maske ist irgendwo frei am rumliegen, die sollte man jetzt schnell mal einsammeln. So, ich bin jetzt durch so einen Tunnel aus der Dominion-Basis rausgegangen. Die Tunnel sind zum Beispiel neu vom Walatiki-Tempel. Die wurden gerade jetzt eingefügt. Das ganze Schlagfeld wird dadurch einfach größer. Man hat mehr Möglichkeiten, irgendwie irgendwo rumzugehen. Und ist dann manchmal auch sicherer, wenn man den Weg gehen hat, statt den anderen Weg. Bisher konnte man immer nur einen Weg gehen. Und die Gegner wussten schon direkt, ah, der geht sowieso darum. So, jetzt bin ich hier erstmal gestorben, weil ich natürlich einfach ohne Schutz diese Maske bewegt habe. Was man im besten Fall im PvP natürlich nicht machen sollte, außer wenn man Glück hat. Und jetzt sterbe ich hier. Die Maske bleibt da liegen. Und wenn wir jetzt mal zur Maske zurückgehen, ich war ja fast an der Basis, dann sehen wir da eine Uhr drüber. Der ist auch ganz gut. Wenn man eine Maske fallen gelassen hat sozusagen, dann hat die Mannschaft noch eine bestimmte Zeit lang Zeit, die Maske wieder aufzunehmen. Das hat er jetzt zum Beispiel da vorne, der gute Herr, gemacht. Er war nur ein bisschen verwirrt und ist in die falsche Richtung gelaufen, dummerweise. Jetzt läuft er so ziemlich zu unserer Basis in etwa. Aber das schaffen wir eh nicht, kann ich schon mal sagen. Aber ihr solltet hier ja auch nur die Mechanik erstmal sehen. So, jetzt werden wir hier noch gestunt, werden angegriffen. Und dementsprechend verleben wir da gleich eh die Maske. Da sind zwei Dominions. Einer ist heiler. Das ist immer eine schlechte Kombination. Jetzt versucht unser Maskenträger da gerade noch zu unserer Basis zurückzulaufen oder hinzulaufen, eher gesagt. Aber da kommt auch schon der nächste Arcan-Schütze und macht ihm das Leben schwer. Und da ich eh schlecht geskillt bin, muss ich mal sagen, konnte ich ihn eh nicht stunnen oder sowas, um ihn davor zu beschützen, abgemetzt zu werden. Das hat leider nicht geklappt. So, jetzt ist der gute Herr tot. Und jetzt kann ich die Maske hier wieder aufnehmen, wenn ich nicht unterbrochen werde dabei. Man darf natürlich nicht unterbrochen werden, wenn man so eine Maske aufnimmt, sonst bricht das sofort ab. Und man muss wieder neu anfangen zu klicken. Aber wir haben jetzt gerade eh ein paar Gegner und schaffen es dementsprechend leider nicht, die Maske wieder aufzunehmen. Hier kommt jetzt wieder die Uhr drüber. Wir haben jetzt nur noch, ich glaube, das soll in zehn Sekunden darstellen, Zeit, um die Maske aufzunehmen. Aber leider sind wir zu lahm. Und gleich die Spawns sind. Wir sind dann unten rechts. So, jetzt ist sie weg. Und jetzt hat Dominion wieder drei Masken. Wir haben immer noch keine. Wir bewegen aber aktuell eine. Sprich, wir haben die aus der Mitte geschafft zu holen. Und das Dominion bewegt aktuell auch eine. Die haben also eine von uns geklaut, unfreutlicherweise. Ja, so kann das hier eh mal gehen. An sich war es das schon. Was man vielleicht noch sagen könnte, wir sind jetzt eben in diesem Mittelring. Da spielt sich meistens der Kampf ab, wenn es um das Holen einer neuen Maske geht. Wenn man nicht nur diese Diebstahl-Taktik macht, dass man eben immer in die feindliche Basis geht, um dort die Moody-Mess zu holen, dann spielt sich eigentlich hier so der Kampf ab, wo eben eine Maske spawnen kann. Und natürlich will jede Fraktion diese Maske für sich gewinnen. Aber durch diese Mechanik, dass man eben die Masken auch klauen kann, kommt auf jeden Fall sehr viel mehr Gameplay mit da rein. Das ist ganz cool gemacht. So, wo sind wir jetzt? Hier, Exiles haben eine Maske am Bewegen und eine ist gerade neutral gespawnt. Die ist da vorne, wo mein Mauszahler gerade ist. Da seht ihr die Maske sich bewegen. Jetzt belebe ich mich mal wieder. Also man kommt hier immer, wie man es aus den meisten MMOs kennt. Man kommt in der Basis immer aus, wenn man stirbt, muss dann eine gewisse Zeit warten. Der Timer ist global, immer 30 Sekunden. Und wenn er um ist, dann fängt er wieder von vorne an. Und je nachdem, wann ihr sterbt, startet ihr dann eben bei irgendeiner bestimmten Timer-Anzahl. So, die Maske in der Mitte wurde jetzt geklaut von dem Draken-Mäuchler da hinten. Und den versuchen wir jetzt nochmal aufzuhalten. Wir werden hier aber von ein paar weiteren Dominions-Spielern empfangen, die natürlich die Maske für sich haben wollen. Mal schauen, was schaffen. Jetzt haben die Dominions eh gerade wieder eine Maske verloren, weil wir sie geklaut haben. Sie würden jetzt also eh nicht gewinnen, wenn sie die Maske da hinbringen, was jetzt gerade passiert, wie man sieht. Aber dafür darf jetzt unser Verband da auch seine Maske nicht verlieren, weil sonst würde sie automatisch nach einer Zeit ja in die Dominion-Mases zurückkehren. Und dann, ja, wäre alles aus und das Spiel verloren. Und ich würde mal prophezeiten, dass wir das hier eh nicht mehr gewinnen, wie der aktuelle Stand aussieht. Naja, auf dem Schlachtfeld gibt es dann auch noch Power-Ups. Die habt ihr am Anfang gesehen. Es gibt einmal so eine Sold-Power-Up. Da macht man mehr Schaden mit. Und dann gibt es auch noch einen Geschwindigkeits-Power-Up. Damit rennt man schneller. Das ist ganz praktisch für die Maskenträger vor allem. Denn wenn man eine Maske trägt, dann wird man verlangsamt und kann auch nicht mehr sprinten. Und man kann auch nicht mehr dashen, also zur Seite ausweichen. Das ist alles nicht mehr möglich. Man kann einfach nur normal laufen. Ja, das erschwert das Leben auch, einfach so eine Maske mal alleine zu holen. So, jetzt haben wir immer noch die Maske geklaut. Aber da vorne ist jetzt so ein Power-Up, dieses Schwert. Ja, aber jetzt haben wir verloren. Jetzt kommt hier so eine Katze sozusagen. Man sieht hier so eine Statistik, wer alles, wie viel gemacht hat an Schaden, Heilungen, Tötungen und so weiter und so fort. Und wir haben auch eine Belohnung bekommen. Die können wir jetzt mal anschauen. Wir verlassen das Schlachtfeld. Egal ob man gewinnt oder verliert, man bekommt immer einen Belohnungsbeutel. Die können wir hier jetzt öffnen. Und da ist erstmal Prestige drin, die PvP-Währung für Items. Und dann haben wir hier so einen Boost bekommen. Das ist sowas wie ein Trank, den man in PvP einsetzen kann. Und vorhin, als ich in PvP war, habe ich auch so eine Boost bekommen. Recht gut, auf meinem Level blau. Mit sehr schönen Werten. Auch mit dem PvP-Wert Defense Rating. Also natürlich PvP-Gegenstände, die man bekommt. Aber auch schon während der Level-Phase. Das ist ganz schön gemacht. Ja, was an sich sonst noch angeht, Battlegrounds. Darüber geht man natürlich über das Suchtool, wie wir hier sehen. Da gibt es Battlegrounds, alle auswählbar oder einfach zufällig. Und dann gibt es auch noch die Practice Grounds. Da gibt es keine Wertung. Und man kann da einfach sozusagen üben. Ja. Aber an sich war es das mit den Schlachtfeldern. Und ich würde sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis denn.